Weg damit. Sehr gut. Aha! Nicht getroffen. Sehr gut. Das reicht wieder nicht mit dem Angriff. Der mit seinen Deviatoren, ey. Ey, da ist schon wieder einer. Jetzt hat er mir ein Schaltpanzer geklaut. Seht ihr das? Oder auch nicht. Ne, oder auch... Doch da! Ne, doch nicht. Och du Kacke. Alles auf den scheiß Deviator da. Ja, das ist nicht gut gelaufen. Scheiße, ja. Ah, der hat mir doch einen geklaut. Ja, super. Na toll. Ja, dann. Dann bau halt Quarz. So. So. Oh, was hat... Was hat... Was der hier hat, ey. Meine Güte. Främen sammeln sich sehr gut. Främen sammeln sich sehr gut. Meine Güte. So. Ja. Ich guck gerade noch mal wegen dem Platz. Ja. Das sollte noch passen. Kampfpanzer. Kampfpanzer. So, ich werde jetzt auch mal langsamer die Schallpanzer hier unten abziehen. Den werde ich mal reparieren. Ja, Sir. Bestätigt Ende. So, ich glaube, dann werde ich das aber in dieser Mission erstmal mit den Schallpanzern sein lassen, weil er hat diese Kack-Deviatoren hier, die er natürlich in Masse baut. Ist klar, ne? Einheit repariert. Weil der kann mir die ganz einfach klauen. Der baut aber auch heftig gerade, ne? So. Quatsch. Oh, für jeden Fall. Jede Menge Quatsch. So. Gut. Raumhafen. Was haben wir da? Nix mehr. Gut, dann Bauquatsch. So. Kampfpanzer. Gott, ey. So. Ihr sammelt euch jetzt mal hier. Ah, Spielgeschwindigkeit kann ich jetzt mal ein bisschen hoch machen. So. Und speichern vor allem. So, ich glaube, jetzt haben wir es so langsam mit der Mission. Äh. Das Ende rückt näher auf jeden Fall. Ja, der hat hier jede Menge Scheiß. Jede... Was? Ah, ein Schallpanzer. Ja, gut. Wird gebaut. So, Raketenpanzer. Wird gebaut. So. Okay. Gut. Ja, die Schallpanzer lasse ich jetzt erstmal bleiben bei dieser Mission. Und die Fremden sind gleich auch wieder fertig. Sehr schön. Cool. Einfach mal so Gratiseinheiten, ne? Noch drei Minuten bereit. Noch drei Minuten bereit. Einfach bereit. Lieferungen fünf Minuten. Einfach bauen, bauen, bauen jetzt. Noch vier Minuten. Oh, Belagerungswaffen habe ich fast gar keine. Luftangriff bereit. Sehr gut. Noch drei Minuten. Einfach bereit. So. Einfach gebaut. Einfach gebaut. Einfach gebaut. Noch zwei Minuten. So. Meine Güte, das ist eine echt anstrengende Mission, Leute. So. Kann ich jetzt ein bisschen mehr bauen? Ja, ein Raketenpanzer und noch ein paar Quatsch. So. Einfach ein paar Quatsch jetzt bauen. Noch vier Minuten. Einheit bereit. So. Okay. Geht ihr auch mal dazu? Ja, weg ist es. So. Ja, ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller. Dagegen die Orders sind Schallpanzer echt scheiße. Genau wegen diesen Dingern da. So. Alles klar, Freunde. So. Wir rüsten uns auf für den finalen Schlag. Die Fräben werden auch wieder zahlmäßiger. So. So. So, kann ich jetzt? Ja, Raketenpanzer. Ja, komm. Raketenpanzer. So, Kampfpanzer. So. Quatt. Ich will den jetzt mit einem Angriff platt machen, ey. Weil das ist doch extrem nervig, wenn man da jetzt wieder neu sammeln muss. Ach Gott. Einheit bereit. So. Einen noch. Und noch ein paar Kampfpanzer kommen. Alles klar, Freunde. So. Sehr schön. Einheit bereit. Ein Quad noch. Ja, es sind halt auch viele kleine Panzer dabei, aber das muss. So, Freunde. Das muss so sein. So. Alles klar. So, der Quad ist fertig. Sehr gut. Dann können wir jetzt los. Dann können wir los. Alles klar. Meine Güte, ey. Ja, ich muss mich auch ein bisschen beeilen jetzt mit der Mission. Wie gesagt, wegen meinem Festplattenspeicherplatz. So. Dann speicher nochmal. So. Alles klar. Frame bereit wieder. Sehr gut. Die kann ich ja für die Sammler nehmen später. Sammelt euch erstmal. Genau, jetzt kommt wieder ein Wurm. Okay. Okay. Spieleinstellung. So. Und. Und. Direkt auf den scheiß Deviator da unten. Direkt auf die Kack-Einheiten hier. Ja, kleine kann er mir ruhig klauen. Das ist kein Problem. So. Kleine kann er mir ruhig klauen. Genau deswegen habe ich sie nämlich mitgenommen. So, als Kanonenfutter für die scheiß Deviatoren da. So. Weg damit. Verdammt nochmal. Weg mit den scheiß Deviatoren. So. Ich habe den Luftangriff hier fertig. Was macht ihr denn? Alter Schwede. Der hat so viele Einheiten. Scheiß Deviatoren. Weißt du was? Luftangriff? Komm mal hier drauf. Ach du Scheiße. Ey, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ernsthaft? Meine Güte, ey. Das ist krass, ja. Das ist krass gerade. Das ist krass, dass das nicht reichen soll. Ernsthaft? Weil der mir die ganze Zeit die Panzer klaut. Ach verdammt. Wie viele Deviatoren der baut. Das ist so unnormal. Das hat auch nicht gereicht. Ja, das sind alles meine. Der mit seinen Deviatoren. Meine Güte, ey. Das ist nicht wahr. Ja, Sir. Einheit verloren. Der hat mir alle Panzer geklaut. Lieferung in 5 Minuten. Der hat mir alle Panzer geklaut. Das ist jetzt nicht wahr. Ach, Spiegelgeschwindigkeit hoch. Alles meine Panzer gewesen eigentlich. Noch 4 Minuten. Bereit, Kommander. Einheit verloren. Mann, Leute. Das kann ja nicht wahr sein. Dann mache ich das halt nur mit herkömmlichen Einheiten. Quatsch wieder. Frame bereit. Sehr gut. Noch eine Minute. Einheit bereit. So. Diese scheiß Deviatoren, ey. Einheit bereit. Ja, Sir. Für den Herzog. Bereit, Kommander. Ja, schick deine ganzen Deviatoren ruhig hier hin. Ja, ist okay. Scheiß Deviatoren, ey. Ich hasse es. Ja, ich weiß. Ich baue doch schon wie verrückt. Oh, geil. So. Alles klar. Dann Kampfmannsler. Ach, Mann. Wer soll er die ruhig haben? Dann macht er sich gegenseitig platt. Ist okay so. Noch drei Minuten. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich richte nicht platt. Einheit bereit. Wurmzeichen. Noch zwei Minuten. Ich muss echt mit einer Übermasse an Einheiten kommen. Noch eine Minute. Gottes Willen, Freunde, ey. Das wird ein Fünfteiler. Ich sag, ich sag es euch. Spice-Sammler wird angekommen. Einheit bereit. Weg. Sehr gut. Welcher denn noch? Spice-Sammler wird angekommen. Hier der. Na ja dann. Weg damit. Ja, Sir. Spice-Sammler wird angekommen. Einheit bereit. Dann noch mal. Spice-Sammler wird angekommen. Noch gebaut. Alter. Für den Herz. Noch drei Minuten. Passt es bald. Scheiß. Oh, das, ja. Oh, hier ist schon eine halb kaputte Mini-Hightech. Mini-Waffenfabrik gewesen. So. So, Mann. Zwei Quatze noch. So. Den muss ich auch wieder mit klein, klein platt machen. Oder mit einer Riesenarmee. Ich denke mal, ich werde es mit einer Riesenarmee machen. So. Die Kohle habe ich ja jetzt. Ach, Mann. Der will es anscheinend echt wissen. Naja, das ist halt sein letzter Widerstand. Dann ist klar, dass er da alles gibt, ne? Und nur Deviatoren baut. Schaut euch das an. Da kommt er schon wieder mit Deviatoren. Ja, gut. Aber das hier kann mir egal sein. Luftangriff ist jeder bereit. Sehr gut. Bauen, bauen. Raumhafen. Kann ich nichts machen. Eine Belagerungseinheit. Sehr gut. Die sind so scheiße hinterhältlich, ey. So, das... Ja, das ist halt das Problem bei denen. Ahaha. Tja. Das ist jetzt mein Panzer gewesen, glaube ich, ja. Geil. Einhight bereit. Noch zwei Minuten. So. Ah, gut. Jetzt haben wir wieder hier so einen kleinen Vorgeschmack, was dann noch kommt. Raketenpanzer. Schaltpanzer werde ich nicht mehr bauen jetzt. Die sind so gefährlich für die Orders... Gegen die Orders. Das mache ich drüber gegen die Harkonnen wieder. Meine Güte, ey. So, dann haben wir es aber auch gleich. Drei Minuten. Einheit bereit. Wird gebaut. Ja, Sir. Das ist noch zwei Minuten. Das ist noch zwei Minuten. Mit Riesenarmeen platt machen, ey. Und dann kommen die Fremen da noch. Einheit bereit. So. Noch gebaut. Einheit bereit. Das kann ich hier noch bauen. Kampfpanzer. So, Kampfpanzer. Lieferung in fünf Minuten. Alles klar, Leute. Noch vier Minuten. So, weiteren Quad. Einheit bereit. Wird gebaut. So. Noch drei Minuten. Was der da an Einheiten hat. Ist so heftig. Einheit bereit. Ja, das soll der versuchen. Einheit bereit. Noch zwei Minuten. Wird gebaut. Wird gebaut. Soll der versuchen. Noch drei Minuten. Das sieht mal interessant aus, wie es aussieht, wenn es in schnell ist. Der kommt auch gar nicht mehr von hier oben, ne? Aber egal. Unser Stückpunkt wird angehübt. Einheit bereit. Weg damit. Schnell. Schnell. Gut. Sehr gut. Hahaha. Was habe ich gesehen, Junge. So, was gibt es hier noch? Ah, cool. Zwei Einheiten. Sehr gut. Ich glaube, so fühlen sich die Spieler, die das Spiel online spielen, gegen andere Spieler. Dass das da ganz schön abgehen kann, ne? So. Zack. Zack. So. Oh, ja. Jetzt geht's los. So, jetzt hat er seinen ganzen Scheiß mal geschickt. Wenn die Bestellung ankommt, dann gehe ich los. Einheit bereit. Genau jetzt. Wenn der Raketenpanzer fertig ist. So. Främen. Wir sind wieder bereit. Sehr gut. Die nehme ich mal auf Team 2. So. Dann. Das hier ist Team 1. Sammelt euch mal da. Bei den Herzung. So. Frame auch. Jetzt gehe ich mit allem hin, was ich habe. Meine Güte. Das ist ja mal wohl mega nervig. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Und Zeichen. Dann. Spiel speichern. Spiel gespeichert. Spieleinstellung. Da ist schon wieder ein Wurm. Sie brauchen zu los. So. So. den Herkonen nochmal lustig später. Wenn es gegen die Ordos geht. So. Dann. Nächster Deviator. Luftangriff. Hier drauf. Deviator. Weg. Ja. Weg mit dem Quarz da. Ja, weg mit dem Quarz da. Ja, oder was auch immer. Nein, mach den weg. So. Noch mehr Deviatoren. Dann nochmal. Noch mehr Deviatoren. Alter. So. Weg damit. Äh. So. Damp nochmal, ey. Hast du... Haben wir es jetzt bald mal? Ich glaube, wir haben es bald. Boah. Krasse Scheiße, ja. Schreben. Kommt nach vorne. Ich brauche euch gleich. So. Meine Güte, ey. Boah. Ist das krass. So, der hat alles gegeben, was er hat. Aber es hat nicht gereicht. Ha. Was für ein Ende, ey. Es ist noch nicht vorbei. Ne, ne. Es ist ja noch nicht vorbei. Stimmt. Wir müssen... Mit dem Panzer. Sehr gut. Das ist ein neues Frame. Mit dem Panzer einfach hier die scheiß... Scheiß... Raketentürme wegmachen. Äh. Verdammt nochmal. So. Mann. Ja, Sir. Für den Herzog. Einheit verloren. Hm. Ihr Verbefehle, Sir. Bestätigten Ende. So. Die Einheitenproduktion. Für den Herzog. Unbedingt mal wegmachen. Die Einheitenproduktion hier. Einheit verloren. Fahr da rein. Mach das Ding da im Arsch. Jawohl, Sir. Die Fräben können das Ding hier im Arsch machen. So. Meine Güte, ey. So. Verdammt nochmal. So. Die kleinen Panzer. Wegmachen. So. Mit dem Frame mach ich alles andere weg. Ohne Probleme. Ha. So. Weg. Ey. Wo hat der das denn jetzt her? Bereit. So. Wo sind die anderen Einheitenproduktion? Da. Mannigen. Weg damit. Mannigen. Weg damit. Verdammt nochmal. So. Die Fräben, ey. Zum Glück haben wir die. Die sind so krass, die Fräben. So. Zwei Stunden. 15. Die Aufnahme. Alter Schwede. Raumhafen vor allem. Weg damit. So. Ja. Immer schön auf die Produktionsgebäude gehen am Anfang. Da ist noch eine Mannekenfabrik. Oh Mann. So. Immerhin haben wir noch die Dings. Die Fräben hier. So. Die machen das Ding da im Arsch. Sehr gut. Oh. Diese Trümmerteile. Scheiße. Ach. Die Kackmanneken. Weg. Hä. Verdammt nochmal. So. Boah. Ich hab ihn gleich. Sehr schön. Öh. Wo kommt der Panzer her? Wo kommt denn der scheiß Panzer her? Haben die da noch? Hier ist der Bauhof. Weg damit. Hat der da noch einen? Nee. So. Mach den Manneken weg da. So. Ah ja. Natürlich. So. Den Bau aufkriegen wir. Sehr gut. Leute. Sehr gut. Alles klar. Gut. So. Weg damit. Weg mit den Drecksmanneken. Sehr gut. Da kann ich es mehr machen. Oh. Gott sei Dank, ey. So. Haben wir jetzt die Fräben, die noch die restlichen Gebäude platt machen. Ich wusste, dass die noch übertrieben wichtig werden, die Fräben. Ah, diese Trümmerteile. Die nerven, ja. Es wird geschehen. Schieß doch. Ah, jetzt kommt ein Panzer. Wo kriegt er die Panzer her? Ich habe da alles platt gemacht, was Panzer angeht. Ach, verdammt. Wo kriegt er die Panzer her? Naja, egal. So, weiterbauen. Okay. Speichern. Das war saugut. Wir haben die Autos platt gemacht, Freunde. So. Boah. Meine Fresse. So. 20 vor 11. Alter Schwedef, Leute. Leute, Leute, Leute. So. Dann haben wir hier noch. Raketenpanzer ein paar. Ja, ja. Und dann muss das reichen. Der hat doch nichts mehr, Mensch. Was soll denn der hier jetzt noch haben? Bau mal einen Trike. Der Wurm, der krox da wieder rum. Noch zwei Minuten. Einheit bereit. So, Leute. Meine Güte, ey. Wird gebaut. Noch eine Minute. Dann der Trike. Der kann immer hier hinfahren. Jawohl. So. Schneller Trike. Einheit bereit. Schneller. Wird gebaut. So. Stellung registriert. Das kaufen. So. Raketenpanzer. Oh, nein. Weg da. Da ist noch so eine scheiß Raketentour. Frame bereit. Sehr gut. So. Nein. So. Datier. Nein. Oh. Verdammt. Egal. Einheit bereit. Noch eine Minute. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. So. Luftangriff. Mach mal die ganze Energie hier platt. So. So. Einheit bereit. Wird gebaut. Verstellung registriert. Geil. Es reicht noch nicht mal für ein Gebäude. Ist das krass. Scheiße. Ja, es hat nichts gebracht dann am Ende. Shit. Na gut. Da habe ich auch jetzt wieder ein paar Einheiten. Zumindest schon mal. Der Luftangriff hat nichts gebracht. Weil er repariert alles. Shit. Ich freue mich, wo der die Panzer noch herkriegt. So. Meine Güte. Ein Quad noch. Na, passt das. Ja, dann. Ich gucke noch mal gerade wegen dem Speicherplatz. Ja, dann muss ich langsam mal aufhören. So. Dann ist das hier Team 1 jetzt. So. Ja, der kommt. Lass den erst mal kommen. So. Gut. Ja, dann macht ihn mal platt da. So. Den auch. Vor allem den hier. Egal. Den machen die Türme schon blöd. So, dann fahrt mal da runter, bitte. Äh. So. Weg damit. Tch. So. Äh. Meine Güte, ey. Mach die mal kaputt da. Pff. Oh, Deviatoren. Ernsthaft. Kriegt er die denn jetzt noch her? Der hat noch irgendwo eine Waffenfabrik. Schnell weg damit. Mit. Der hat noch irgendwo eine Waffenfabrik. So, dann machen wir wieder die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter. So. So. Dann durch da. Wo ist diese große Waffenfabrik, die der da noch hat? Da! Weg damit. Der baut schon wieder irgendwas. Ah. Verdammte Scheiße. Da ist der Orderspalast. So sieht der Orderspalast aus, Freunde. Weg damit. Boah, sehr gut. Natürlich ganz hinten versteckt, ne? Ist klar. Ach, die Energie platt. Jetzt ist die Energie dran. So. Jetzt kann er wirklich nichts mehr machen. Hier gibt es nämlich zum Glück keine, äh... Hier gibt es leider keine Mechanik wie bei Commander Conker, dass die Gegner alles verkaufen, wenn sie nichts mehr bauen können. Nee, nee. Die halten durch bis zum bitteren Ende. So. Da ist noch ein Forschungszentrum, aber das mache ich später. Erstmal die Energie platt. Die funktionieren nämlich immer noch. Irgendwie. Keine Ahnung warum. Das, das nenne ich mal einen großen Stützpunkt hier. Ja. Ich weiß, dass ich Silos brauche. So, nimm den Sammler noch ein bisschen platt. So. So, weg damit. Mann. Mann, Mann, Mann. Batsch, ja. Moment, erst mal, erst mal die, die noch angreifen können. So. So. Gut. Na dann. So, frame. Jetzt reicht das immer noch nicht, oder was, ey? Meine Güte. So. So. Sammler platt machen hier. So, bevor das gleich wieder eine Suche gibt. Nach den Sammlern. Macht sie doch flatt. Ja, sehr gut. Okay. Sehr schön. Alter, überall Silos versteckt. Meine Güte. So, jetzt haben wir's aber. Er hat hier noch zehn Deviatoren stehen, was ich nicht glaube. So. Rein da. Weg damit. Sehr gut. Na toll. Genau da reingefahren. War super. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich, Freunde. So. 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 Sehr gut. Dann. Hier das jetzt wegmachen. So. Ich hab grad ganz kurz auf mein Handy geguckt, weil es gab wieder einen neuen Kommentar. Und zwar zu meinem Tenchu-Let's-Play. Da werd ich gleich nochmal drauf gucken. So. So. Batsch. Weg damit. Einfach rein hier. So. Das muss es doch jetzt gewesen sein mit dem. Speichern. Boah. Spiel gesperrt. So. So. Batsch. So. Luftangriff nochmal. Auf dem letzten Raketenturm. Sehr gut. Da kriegen wir jetzt Luftunterstützung für. Mit dem Raketenturm. Es sei denn, wir machen den noch so kaputt. Ah, Moment. Doch. Schieß drauf einfach. So. Ja. So. War's das jetzt? Ah, das Männiken noch. War's das jetzt mit den Orders? Oh Mann, jetzt muss ich noch Sammler suchen oder was? Äh, wo ist denn hier noch ein grüner Punkt? Das? Nee, nee. Das sind meine. Nö, also eigentlich, äh. Machen wir schnell. So. Dann gucke ich mal jetzt, was hier noch so ist. Wahrscheinlich ein Sammler. Bereit, Commander. Meine Güte. Das brauchen die lange da. Äh. Hattet ihr mal hier rein? Nö, hier ist gar nichts von ihm. Äh, was steht denn hier noch? Moment. Äh. Hä? Was steht denn hier? Muss ich die Mauern kaputt machen? Nee, eigentlich nicht. Äh. Äh. Was ist denn hier noch? Das ist meiner? Okay, der steht einfach rum. Für den Herzog. Ich speichere das nochmal, aber... Pfff. Weiß ich nicht, ja? Was es hier jetzt noch gibt von ihm? Also, ich sehe hier nur noch Mauern. Ich muss ja... Echt die Mauern platt machen? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Dass ich die Mauern noch platt machen muss. Moment, was... Ah, ein Sammler, sieht der? Ein Sammler. Das ist der letzte Sammler von den Ordos. Ach du meine Güte. So, da höre ich eigentlich die Fräben zu, aber... Ist okay. Ist okay. So. Der letzte Sammler, verdammt. So, Leute. Das war's. Boah, krasse Mission, die Mission 8. Heftig. Okay. Spielgeschwindigkeit. Speichern. So. Und dann los. Ach nee, die nächste Mission ist schon die letzte. Stimmt. Oh, das ist extrem langsam gerade. Die nächste Mission ist schon die letzte. Stimmt. Es gibt nur neue Missionen pro Fraktion. Zack. Das war's, Leute. Vorletzte Mission. Boah, meine Güte. Zweieinhalb Stunden ziemlich genau. Ja, drei, fünf Parts. Schon krass, ja? Gewürzpunkte haben die Gegner mehr, aber sonst haben wir die ziemlich platt gemacht. So, wir sind Basiskommandeur, aber mit weniger Punkten. Haus Atreides wird siegen. So. Ja, das sehe ich auch so. Boah, schaut mal. Nächste Mission, die letzte Mission mit den Atreides, Freunde. Boah, aber nach der Mission muss ich mich jetzt erstmal ausruhen. Das war schon ganz schön heftig gerade, ja? Gegen zwei Gegner. Aber nächstes Mal haben wir es ein bisschen einfacher, da wir keine Scheiß-Deviatoren haben. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, höre ich jetzt definitiv mal auf. Habe jetzt wieder für zwei Wochen im Voraus aufgenommen. Beziehungsweise für drei Wochen, aber schon fast, ja? Ja, kann sein. Und, ja. Wem es gefallen hat, der lässt doch ein Like oder Abo da, bitte. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Dann würde ich das jetzt zusammenschneiden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.